äh, ne, später äh, Abwasser können... ah, jetzt fangen die auch wieder an zu arbeiten Nein, doch nicht Industrie-Schlamm Ach, die Namen sind so genial Aber es wird langsam weniger, Leute Weil wir denen endlich hier ein paar Jobs anbieten Wo wir noch Jobs herkriegen, ist hier Das Theater ist geöffnet Das geht ja hier auf die Straße, das finde ich voll krass Naja, ein kleiner Grafik-Bug Und so, wo wir eigentlich dran waren, war Straßen-Upgrades Erst hier den Mittelkreis zu Ende machen Genau, und das reicht dann auch erstmal Äh, wie viele Jobs haben wir denn jetzt hier? Äh, nicht bis 1572 nur Äh, wir brauchen mehr Wir können ja schon mal für ein Straßenband-Depot sparen Alter Ich möchte eine gerade Linie Leute, die verbinden sich da doch gar nicht So, jetzt können wir nämlich hier Ach, ich kann das hier nicht anbauen Ja, aber was ist denn, wenn ich hier so einen mache? Nein, kann ich wahrscheinlich trotzdem nicht Ich bin hier nicht So, ihr kriegt da jetzt hier neue Jobs dank dem Straßenbahn-D-Depot. Stadtbahn. Hauptsache mehr von den Einwohnern. Äh, von den Jobs. So, jetzt haben wir ein maximales Limit an Straßenbahn. Oh mein Gott, ich hasse Tobi. Schreib mir doch nicht mitten im Let's Play. Nee, weißt du? Ich kann grad nicht, Tobi. So, natürlich hier voll... Bam, bam. Wo sind die Straßenbahnen? Stopp! Alter, Tobi, jetzt halt's mal. Ich will jetzt kein Origin öffnen, damit... ...hier mir hier dann eine Kontaktanfrage schicken kann. So. Straßenbahn-Haltestelle. Alter, was ist das denn für ein Riesenhaus? Junge, jetzt halt mal deinen scheiß Maul, ey. Checkst du nicht, dass wenn ich dir jetzt gerade nicht antworte... ...dass ich dann wohl aufnehme? Lass uns hier rein... Äh, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. So, okay. Äh, ähm... Weiter geht's. Und du bist... ...mittendrin. Oh. Ja, ja, der ist ja mein größter Fan, ne? Und, äh, er wollte sich event... ...also, er hat SimCity, aber bei ihm funktioniert das gerade noch nicht ein bisschen. Ich muss... Ich frag ihn jetzt mal, ob bei ihm SimCity geht. Geht. Ah, ich guck mir mal. Download im erst grad. Okay. Dann, äh, schreib mir. Mir. Mir, mir, mir. Ja, der ist ja wohl nicht so dumm zum Installieren, ne? Okay, äh, bye-bye. Und so, jetzt... Ach, scheiße. So, und jetzt geht's aber weiter. 4.378 Passagiere haben wir schon in unserer lieben Straßenbahn pro Tag. Hier müssen wir aber noch upgraden auf unsere... Du schaffst das, Torben! Ja, ich baue gerade an der Casino-Stadt und das ist gar nicht so leicht. Die ganze nervige Stadt hier fertig zu kriegen. Mit Dingen. Ist übrigens der für mein... Ja, Torben, back den Eis! Ich nehm gerade auf! Na, haltet ihr auch für ein Spaß, hier, ne? Alter! So! Wisst ihr was, Leute? Ich geh jetzt auf beschäftigt. Da hab ich zu... Ach, komm, scheiß drauf. So, dann müssen wir doch schreiben. Achtet gar nicht auf diese kleine Sache hier unten. Und jetzt leckt er es gerade wieder. Und ich weiß nicht, wieso, Leute! So. 33 verlassenen Gebäude ist ja gar nichts. Seid ihr zu dumm, um in andere Städte zu gehen, oder was, ey? Scheiße! Äh... 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 Ich konnte hier gerade was upgraden, oder so. Genau. Ne, wir wollen keine Obdachlosen hier in der Stadt. Ja, ich mach euch noch mehr Jobs. Jetzt kommen auch noch Boote, Leute. Wir wollen hier voll Zugang zu den Casinos her... machen, schaffen. Wehe, das funktioniert nicht. Ah, geht doch. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ich zeige euch jetzt mal, wie ich das hier machen will. Nämlich so. Und dann machen wir jetzt hier noch extra Straßenbahn-Haltestelle hin. Bam. Und noch eine Bushaltestelle. 67 Minuten laber doch nicht. Alter. So. Ah, guck mal, da kommt schon das erste Kreuzfahrtschiff. Oder was ist das? Mach weiter. Ich will das verdammte Schiff antatschen. Ich will das Schiff antatschen. Nein, das funktioniert gerade nicht. Dann fahr mal. Wie das, wie das wackelt? Stopp jetzt. Ich möchte dich... Ja, dann halt nicht. Ah, geht doch. Ach, wie schön. 0 von 2.000 Passagieren. Passagieren. Leute, geht arbeiten. Jetzt mal ganz im Ernst. Das schiff. Das schiff. Dann bleib. Er hat dir. Ich kann das nicht in den Schiff. Ich kann das nicht in die Schiff. Ich kann das nicht in die Schiff. Aber im Ernst. Dann leib. Ich kann das nicht. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich wollte ja Kohle machen. Strom, Strom. Oh. Sauberer Solarstrom hier. Hatten wir ja noch in Politik. Ja, laber doch nicht. Ich hatte doch gerade eine neue... Willst du mich verarschen? Hm, schon klar. Wie viel soll ich denn da noch anfügen? Jetzt hab ich mein ganzes Geld für Solar ausgegeben hier. Zieht euch das mal rein. Dadurch kriegen wir natürlich keine neuen Jobs. Aber da können wir nichts machen. Wir wollen hier schön saubere Energie. Wie viele Jobs habe ich denn? Wie viele? Vier! Laber doch nicht. Wie viele Jobs haben wir denn mittlerweile hier mal? 7.717. Boah, ist das viel. Das? 7.000? 717. Oh Gott. Wie können wir denn hier noch Jobs schaffen? Ah, ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, wir brauchen so eine Bildungsabteilung. Ja, komm. Gib mir hier eben ein bisschen Geld. Danke. Danke. 74 verbrechen, das wird ja nur mehr. Ja, ja, egal. Ich beende die Aufnahme erstmal. Vielleicht nehmen wir gleich noch ein bisschen mit dem Tobi auf. Bis dahin. Ciao. Tag Leute und willkommen in einer kleinen Aufnahme von SimCity. Es ist wirklich, weil das jetzt mal kurz zwischendurch ist, um mir einfach ein bisschen die Zeit zu ver... Hallo Leute und willkommen zu Let's Play SimCity. Und ja, wir machen einfach an unserer Casino Royalstadt weiter. Und hier oben wollte ich, um Jobs zu schaffen, eigentlich in Kohleberg weg machen, aber ich sehe gerade dieses Riesenhaus. Wo ist denn unser Kohlevorkommen hier? Genau da. Wo überall die Riesenhäuser sind. Aber ich könnte theoretisch, ja. hier einzunehmen. Wieso kommt ihr denn da nicht zu den Läden? Wollt ihr mich verarschen? Die Läden sind doch genau hier. Max Cinemas. Hier oben herrscht viel Kriminalität, habe ich ja das Gefühl. Vielleicht... Ach, wir haben ja schon wieder 23 verlassenen Gebäude. Das ist ja gar nichts. Und jetzt sind es so viele Grund, so viele Verbrecher. Grundgelb. Gib mir Geld für den Kohleberg weg, ey. Wie viele Arbeitslose haben wir? 2174 Null nicht besetzte Jobs Am Arsch Hm, sie schießen einfach mal mit der Pistole irgendwo hin Ja, wo sind denn hier noch Verlassene? Zeig doch mal Alter Wie krank ist das denn? Und das Haus wackelt da ab Oh, schön Leute, jetzt Vielleicht sollte ich hier noch eine Verbindung nach unten machen Direkt hier alles voll So, dann gibt man öffentliche Verkehrsmittel Hier noch ein bisschen Bus Haben wir unseren Busbahnhof denn hier? Das ist schon mal Ja, jetzt ist schon nicht mehr lustig, wie viele verlassen Die ziehen hier alle aus Wegen Den Scheiß Alter Keine Ahnung, dass irgendwo eine Bistole rumläuft Das hat sich gerade fast danach angehört Ne, das war so ein Riesenhaus deswegen Alter, äh Entweder zu viele Verbrecher Oder Dings Wisst schon Oder Geldnote Und Das war so schön Das war so schön Was Es ist Ich bin